Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich arbeite gerade an ein paar Epoxy-Projekten, aber weil die immer super lange brauchen, fange ich jetzt zwischen den Projekten mit einem anderen coolen Projekt an. Das ist eine alte Bandsägeblatt-Schärfmaschine. Ich hole sie mal hier raus und zeige sie dann mal kurz. Ganz kurz mal zur Erklärung. Hier vorne könnt ihr ein großes Sägeband reinmachen. Ihr könnt dann das hier einstellen auf die passende Höhe. Je nachdem wie breit das Band halt eben ist. Dann haben wir hier quasi die Pfeile, die das Band dann schärft. Und der hier drückt dann halt jedes Mal das Band mit dem Sägezahn weiter. Kurz was zur Elektronik, weil das nicht so wunderschön ist, aber das lässt sich jetzt nicht so wirklich vermeiden. Ihr seht es jetzt, es ist eine Verteilerbox und da hat mir ein Elektriker einen Schalter dran gemacht. Denn der Originale, der ist leider irgendwie kaputt. Der ist irgendwie kaputt gegangen. Der ist ein bisschen zu oldschool gewesen. Deswegen ist jetzt hier dieser Schalter da. Und dann werde ich vielleicht ein schönes Gehäuse bauen, wo das Ganze dann drin sitzt. Bevor wir es jetzt aber anmachen, müssen wir erstmal alles wieder ölen. Denn wir haben hier solche wunderschöne Ölkappen. Hier kommt normales Öl rein. Damit halt eben die Lager und alles hier, beziehungsweise das sind ja Gleitlager, dass die ein bisschen gefettet werden. Also hier kommt als erstes ein bisschen Öl rein. Weil da wird jetzt seit ein paar Jahren auch kein Öl mehr reingemacht. Das ist aber nicht nur die einzige Öffnung. Wir haben hier noch am Motor hier ein Getriebe. Da ist zwar gut, Öl noch drauf, aber ich gebe mir jetzt auch nochmal ein neues. Öl haben jetzt auf jeden Fall mal die Kappen. Jetzt schalten wir es mal ein. Also ihr habt gesehen, die Maschine funktioniert. Jetzt liegt es an mir einfach daran, ein passendes Gestell zu bauen. Ich werde das Gestell so hoch gestalten, dass quasi die Maschine unter meinen Langbandschleifer passt. Denn ich plane schon die Maschine relativ häufig zu nutzen. Gerade für das Sägewerk, was ich noch bauen möchte oder werde, die Bänder zu schärfen. Deswegen soll halt eben diese Schärfmaschine hier unter meinem Langbandschleifer Platz finden. Damit ihr wisst, warum ich es so hoch mache. Ich werde die Maschine auch nicht umlackieren, weil ich einfach den Lack, so wie er jetzt drauf ist, wunderschön finde. Ich werde die Maschine schön sauber machen, aber frisch lackieren werde ich sie nicht. Also aus dem Grund werden wir jetzt als erstes anfangen, ein schönes Metallgestell zu schweißen. Und das, wenn wir mit ein bisschen cooler Musik bauen. Viel Spaß! So, das Gestell ist soweit fertig. Der Lack ist jetzt schön trocken und jetzt kommen erst mal die Räder unten drunter. Dieses Mal habe ich es auch ein bisschen anders gemacht. Dieses Mal habe ich es so gemacht, dass die Räder nicht geschraubt werden und nicht fest geschweißt werden. Weil falls ja mal ein Rad kaputt geht, kann ich es halt eben einfacher austauschen. Und als ich hier dieses Gestell geschweißt habe, ich glaube, da habe ich so ein bisschen neben mir gestanden. Hier, die Teile sind viel zu weit hier links gewesen. Deswegen musste ich ein Stück von den Rädern halt wegschneiden. War ein bisschen ärgerlich, aber das hält so trotzdem immer noch gut. Wir haben jetzt hier, also ich muss ja jetzt hier diese Vertäfelung herstellen, die hier reinkommt. Wir haben hier 30er Profile und ich finde es immer ganz schön, wenn das Holz quasi unter dem Radius sitzt. Weil dann passt sich das Ganze dem sehr schön an. Das heißt, das Holz müsste 25 in etwa dick werden. Und dafür brauchen wir jetzt erst mal noch Holz. Ich könnte dafür jetzt hier dieses fertige Multiplex holen, aber ich denke, es ist einfach schöner, wenn ich das Ganze aus dem Massivholz dort hinten mache. Da habt ihr ein bisschen mehr was Schöneres zu sehen, weil ein paar schönere Maschinen in Action sind. Und deswegen hole ich da hinten halt eben dieses Massivholz. Aber schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du das findest. Wändest du Multiplex wäre auch cool. Oder sagst du, hey, diese Schritte vom Massivholz bis zum fertigen Brett finde ich interessanter und ansprechend an einem Video. Würde mich freuen, wenn du mir darauf eine Antwort gibst. Ich werde diese Teile jetzt mal probieren, auf meinem selbstgebauten Schiebesicht zuzuschneiden. Da dachte ich mir auch gedacht. Da habe ich ihn ja auch verbaut. Dann schauen wir jetzt mal, wie das funktioniert und ob hier alles zu finden liegt. Dafür, dass das Ding selbst gebaut ist, fand ich das wirklich sehr, sehr gut. Ich werde jetzt einmal checken, ob hier auch keine Nägel mehr drin sind. Okay. Ich mache es jetzt zusätzlich jetzt einfach mal von zwei Seiten, weil ich es in so einem richtigen Nägel noch nicht benutzt habe. Ja, cool. Also wir haben keine Nägel hier drin, das heißt, jetzt können wir direkt zur Hobelmaschine. Ich habe zwar hier diese neue Hobelmaschine, aber ich bin tatsächlich in der besten Zeit auf der Saison gekommen. Beziehungsweise ich schaue immer noch die ganze Zeit nach einer alten, genauchten Abrichte. Eventuell von der Marke Beuerle. Fände ich halt ganz cool, wenn ich das dann wirklich getrennt nutzen konnte und die kosten oftmals, ich will die Maschine dann auch nämlich restaurieren, die kosten echt oftmals 100, 200 Euro. Dann hat man wirklich eine coole große Abdichte. Ja, das Einzige, was ich halt eben wirklich schaue, ist halt, dass eine Keilmesserwelle verbaut ist und keine, ich weiß nicht mehr, wie die anderen heißen, aber es gibt noch eine andere Messerwelle, die okay ist. Aber die gehen dann nur über Kraftschluss und werden dann die Messer gehalten. Dann gibt es auch diese vier Kattmesserwellen. Die sind ziemlich brutal, denn wenn man da mit dem Finger reinkommt, dann reicht das Teil einem wirklich die Hand ab. Die sind aber, ich glaube, von 120, die würde ich auch wirklich nicht benutzen. Aber eventuell so ein Restaurationsprojekt von so einer alten Abrichte wäre vielleicht ganz cool. Oder was sagst du dazu? Dieser Tisch hier hinter der Tischkreissäge ist auch wirklich sehr, sehr schön beim Arbeiten, weil die Teile, die ich jetzt zugeschnitten habe, kann ich jetzt zur Abrichte rollen. Das ist zwar nicht weiter weg, aber das macht das Arbeiten einfach ein bisschen schöner. Gerade, wenn man es dann durch die Dichte jagt, braucht man eh einen Abgabetisch, wo man es dann drauflegen kann. Und das funktioniert natürlich sehr cool. Kleines Update hier noch zu meiner Absauganlage. Ich habe die auf meinem Werkzeugcheckkanal vorgestellt und ich bin echt positiv überrascht. Die Tüten wechseln, also die kann man gut wechseln. Die Absaugleistung ist okay, wenn man da direkt einen Schlauch dran hat. Ich habe damit jetzt glaube ich schon 20 von diesen durchsichtigen Tüten vollgemacht. Also ist schon einiges an Holzvolumen durchgegangen. Aber so eine kleine Information für die Leute, die es interessiert. In Zukunft, wenn der Strom endlich bald gemacht ist, dann plane ich schon eine Absaugleitung an der Decke hier ins Zentrum zu führen, wo die Tischkreissäge und Rubelmaschine alles steht. Und dann halt die Absauganlage hinten in die Ecke zu verfrachten. Damit halt die Späne, weil es wird dann noch mehr Volumen, dass die hinten besser entleert werden können und nicht den Platz zwischen den Maschinen quasi auffrisst. Das ist wirklich wunderschön mit diesem Schienenkopf zu arbeiten. Fühlt sich schon fast an wie eine Formatreissäge. Ich weiß, es ist keine Formatreissäge, aber lasst mich da mal herglauben. Hier, es gibt immer noch die Möglichkeit zu diesen Rorschot zwingen, dass ihr euch da in der Warnliste einträgt und es dann die eventuell nochmal gibt. Wie gesagt, es ist einfach für mich so ein bisschen zu schauen, ob Leute überhaupt oder ob du das überhaupt haben willst. Ich werde jetzt auch gerade mal was ausprobieren und zwar werde ich den Leim mal nicht verteilen, weil ich sehen möchte, wie gut der sich selbst verteilt durch die Presse. Also ich lasse ihn jetzt einfach mal so und dann sehe ich ja, wie gut das funktioniert. Ich habe ja mittlerweile mal ganz gerne die Uhrzeit drauf. Wir haben jetzt irgendwo 35. 11 Uhr, sagen wir mal 11.30 Uhr. Dann weiß ich, dass ich um halb eins das Ganze wieder ausspannen kann und es weiter bearbeiten kann. So, das Holz hat jetzt in etwa zwei Stunden Zeit abzubinden. Das reicht, also es sollte auch reichen. Jetzt können wir es weiter verarbeiten. Das Schöne ist, wenn man das Ganze am gleichen Tag tut, dann ist der Holzleim, der hier oben ausgetreten ist, nicht so widerstandsfähig und man kann es schön abschaben. Das ist theoretisch, können wir es jetzt auch schon mit dem Exzenterschleifer schleifen, aber wir werden es gleich ein bisschen anders schleifen, weil ich halt natürlich eine andere Maschine hier an der Werkstatt stehen habe. Dann benutze ich die natürlich auch. Das Schöne ist, wenn man das Ganze wieder ausschaut, dann ist das Schöne ist das Schöne ist. Jetzt fange ich mal langsam an, hier die Maschine zu zerlegen und zum Reinigen. Das kann jetzt ein bisschen dauern, weil da auch ein paar Teile eingeschmuttert sind. Die Frau, da war ich schon ein paar Jahrzehnte nämlich geöffnet. Ich glaube, als nächstes kann man sagen, dass die Hochzeit ist. So, da kommt die Maschine jetzt auf die frischesten Stellen. Das ist jetzt bestimmt schon zwei Kilo leichter, weil ich mal den ganzen Dreck rüber rüberfahre. Bandsaw Blade Choppery Machine, very nice. So, jetzt werde ich dir natürlich noch zeigen, wie man die Schärfmaschine benutzt. Also das Ganze ist so ein bisschen eine Kombination, da muss man auch ein bisschen sich reinfuchsen, weil es dafür keine Anleitung gibt. Also hier vorne wird erstmal das Sägeband quasi eingelegt. Das hier ist so die Mindestbreite, die ein Band haben muss, damit man es dann beschleifen kann, weil sonst kann man es hier halt eben nicht mehr auflegen. Das Ganze legt man jetzt einfach hier rein. Dann muss man hier so ein bisschen spielen mit der Spannung, die dann auf das Blatt gebracht wird, damit das dann auch vernünftig hier geführt wird und dann nicht anfangen zu schlackern. Ich habe das Teil jetzt hinter der Kamera einmal eingestellt. Wir haben jetzt einmal hier diese Feder, die bestimmt halt so ein bisschen Druck auf das Sägeband. Und dann haben wir hier noch diesen Drücker, der drückt dann halt eben das Ganze beim Hub weniger nach unten, dass die Feder weniger in Anspruch kommt. Hier dieses Teil schiebt jetzt mal das Band um den Sägezahn nach vorne. Das ist so ein bisschen eine Fuchsarbeit. Und zwar habe ich es jetzt so eingestellt, dass das Band quasi hier den Zahn ganz ganz zart schleift. Das Band ist sehr dünn, deswegen verbiegt man da schnell auch Zähne. Jetzt befindet sich quasi in der Endstellung. Jetzt würde sich dieser hier nochmal ein Stück überlegen. Das ist ein bisschen schwierig einzustellen. Und jetzt sind wir halt perfekt an unseren Positionen. Ist ein bisschen tricky das einzustellen, aber es ist jetzt halt eben eingestellt. Zum Ölen. Als erstes gebe ich hier wieder ins Getriebe ein bisschen Öl rein. Weil ich da nicht so richtig sehe wie viel drin ist, deswegen mache ich einfach ein bisschen mehr rein. Dann haben wir hier Öltöpfe. Und ich werde hier nichts durch Schmiernippel austauschen, weil das Ding so jetzt seit 100 Jahren läuft und es halt mit Öl geschmiert wird und nicht mit Fett. Dann ist mir beim Reinigen aufgefallen, dass hier überall noch solche Stützen sind. Die hat man vorher nicht gesehen, weil da so zu viel Dreck drin war. Aber da kann man auch überall einen Tropfen Öl rein machen. Da war jetzt die ganze Zeit kein Öl drin, aber ich habe die Laufbahn einfach so direkt geölt. Aber hier haben wir wirklich einige von diesen Stützen tatsächlich. Und da kann man halt eben überall auf diese ganzen Drehpunkte, weil das quasi wie so eine Gleitlagerung gelagert ist, da kann man dann überall einen Tropfen Öl rein geben, wo sich was bewegt. Ich kann jetzt nicht so viele Aufnahmen machen, wie ich das Sägeband schleife. Weil ich es sonst halt fair schleife und das sollte eigentlich in einem Durchgang halt geschliffen werden. Das ist sonst immer ein bisschen blöde. Deswegen mache ich jetzt die Maschine einfach mal an und ihr seht das von der Perspektive. Die Maschine funktioniert. Wenn ich so ans Sägeband dran packe, ist es schon massiv scharf. Ich werde es jetzt mal ausbauen und meine Bandsäge einbauen. Das hier werde ich natürlich noch festschrauben. Kurz was zum Schärfen an sich. Ich habe das Bandsägeband jetzt einfach ein paar Mal durchlaufen lassen, weil irgendwann schleift die Pfeile auch nicht mehr so wirklich viel runter. Dazu musste ich jetzt auch erstmal so ein bisschen den Schliff von der Pfeile hier reinbekommen. Deswegen habe ich dir jetzt ein paar Runden gegeben. Aber ich versuche mal beim nächsten Band, was ein bisschen größer ist, eventuell dann beim Sägewerk, werde ich es wahrscheinlich irgendwie probieren so einzustellen, dass ich das Ding einfach laufen lassen kann. Ich arbeite irgendwas anderes und irgendwann schleift es da halt irgendwann nichts mehr ab, weil es dann halt am Ende angekommen ist quasi. Jetzt bauen wir das Teil mal ein und testen mal mit dem Schnitt das Ganze. Wie ich schon gesagt habe, also kleiner dürfte das Sägeband auch wirklich nicht sein, weil das hier ist halt, ich sage mal, die Bandsägebänder von 1920, die waren halt auch alle nicht so klein. Deswegen war die Maschine auch so ein bisschen an die Bänder angepasst. Die gute alte Säge von meinem guten Opa. Old Bad Gold. Ah, ich raste aus, ich bin zu klein. Jetzt machen wir noch einen kleinen Testschnitt, damit ihr seht, dass das auch schneidet. Also ihr habt gesehen, das Ding schneidet auf jeden Fall. Ich habe jetzt länger nicht mehr mit der Maschine gearbeitet. Ich glaube, das Band reißt jetzt so ein ganz kleines, ganz klein bisschen, weil ich die Schärfmaschine am Anfang aber echt ein bisschen schlecht eingestellt habe. Aber das Sägeband ist auf jeden Fall scharf. Also das hat wirklich gut funktioniert. Diese Horizontalschnille, die ich da gemacht habe, die vertikalen Schnille, die ich da gemacht habe, diese hohlen, lasst euch nicht blenden. Die Maschine ist ganz, ganz schwach, deswegen geht die da nicht so schnell durch. Also das Band ist scharf und ich kann auf jeden Fall mit dem Band jetzt nochmal einiges an Holz schneiden. Es ist natürlich eine andere Schärfe, als wenn es direkt vom Sägeblattdienst kommt oder wenn er es euch neu gekauft. Denn ihr habt mittlerweile bei diesen neueren Bändern quasi so einen Zahn. Also das hier ist der Zahn und mit der Schärfe, wie ich es habe, ist der Zahn eher so. Das heißt, wenn es neu ist, schneidet es wahrscheinlich ein bisschen effektiver. Aber wenn es halt dann eben stumpfer wird, dann schneidet es halt auch nicht mehr so, weil es nicht mehr scharf ist. Und damit habe ich halt eben die Möglichkeit, das Ding einfach mal schnell durchzuschärfen und die Bänder halt einfach mal zu schärfen. So viel dazu. Eine Sache, die mir auch noch gerade einfällt, weil ich das Teil hier ja für mein Sägewerk benutzen möchte. Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen üben müssen, weil wenn man da die Zähne ungleichmäßig verschränkt, dann kann ich mir mal vorstellen, dass das Band dann anfangen tut zu wandern bei einem Schnitt auf dem Sägewerk. So, diese wunderschöne Maschine hat jetzt wirklich einen schönen Stand, so wie er auch sein muss für diese wunderschöne Maschine. Ihr habt die Maschine in der Funktion gesehen. Wirklich eine sehr, sehr schöne Maschine. Maschine, Maschine, Maschine. Schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr vielleicht irgendwie ergänzend dazu sagen könnt. Oder vielleicht hat ja jemand von euch auch so eine Maschine. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie gesagt, das Teil hier wird wahrscheinlich für mein Sägewerk größtenteils dann eingesetzt, dass ich damit dann halt auch diese größeren Bänder dann schleifen kann, weil da kann man ja relativ große Bänder mit einspannen. Bei mir hat es jetzt nochmal quasi eine neue Chance bekommen, neues Leben. Hier wird noch einige Jahre und Jahrzehnte hoffentlich weiterlaufen, damit sie auch vielleicht über 200 Jahre alt ist. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich auf deine Bewertung und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.